In the middle time In the middle time In the middle time In the middle time 3, 2, 1 Von dieser Begegnung werdet ihr nicht mehr erzählen können Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt Hast keinen am Leben So, jetzt kommen die Minen Brigadier hier in der Mitte Nehmen gleich Ab Predermäuse Ich mach die 3 Minen hier weg Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt So, du lagst zu weit weg Ich hab So, ich mach jetzt nur noch eine weg Neid Geht mal trotzdem in der Welt Geil dann Als du das gesagt hast, hab ich dann doch 2 gemacht Draußen Rauslaufen, bitte Ich nehm Jetzt nur noch eine jeweils Oh, na gut Denk dran, nehmt die einzelnen Minen Nicht die, wofür ich nehme an der zweiten Ja Direkt am Boss Direkt am Boss Der hat zum Fahr Die eine hier mach ich ja Die Bett Ab Macht hier vorm Boss So, wir gehen jetzt gleich eh rüber Keine Fledermäuse mehr machen Ja, ich nehm Ja Direkt am Fuß von der Cups Steht das Ding Bledermäuse So, ich hab Bledermaus Bledermäuse Ich mach ne Mini in der Mitte Ich mach ne Mini in der Mitte Elo, ich hab 20 Stacks Und ich bin raus Ich hab Ich hab Wensche, die ist wieder ein bisschen verteilen Fledermäuse machen Wir brauchen Ilu da länger drin Ab Ich kann klicken Nash Ich mach zwei Minen Vorsicht, das wirbelt noch so ein Viech unter der Kuppel Bledermäuse Bledermäuse Und Ilu stell hinten drei insgesamt hin, dass da vier stehen Ja Ok, passt Aufs Add drauf Auf den Pyromancer Ja Ich retz Oblin Draw Passt So, jetzt die DKs rein und rüber Rangecam auf Ab Passt So, ich klick gleich an Läuft Bledermäuse machen Ab Bledermäuse Ich hab Ah Ok Ja, passt Ja, stehen unter Ne, wir haben noch drei Passt Mach die Bledermäuse ein Dkst mal bitte einmal Um blauem Pyroman Ja, ich hab Ja, passt ATFU rein ATFU rein und einmal um Blau umklären Passt bitte mal auf die Minen auf, die unter der Kugel stehen, hier steht da echt gefährlich so Ledermäuse machen Ledermaus hinterm Boss Ach du hast Akku, ich nehm, ich nehm Ich nehm jetzt 3 und dann Ja Also 2 und dann nimmst du wieder Nächster wechseln, 10 Ok, jetzt kannst du wieder Ne, wechsel die Ja, wir wechseln jetzt nochmal rüber und jetzt spielt wieder ordentlich Altera aufheben Äh, ja Inzernippen 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 Ja, ja Jetzt auf eurem zweiten Verziehen, wenn möglich Ich hab, kann den Pyro nicht rüben Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab gekickt Ne, da muss er machen Go, 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 go Pyro auch kicken bitte Lisa hat mal ein Auge auf meinen Hilf Ok Ah, ich hab dich Ah, ich hab dich Äh, ich nehm Sorry Sollen wir hier einzeln Minen triggern? Ne Nein Der Fall dauert nicht mehr so lange Wir hatten grade fast Clear Also Du? Ich hab Ich hab Sofort rausgehen Ja Ok Komm Jetzt raus Pass auf, beim Wechsel Von Boss sind Direkt um eine gespond Betz Ok Bet müsst ihr machen Ab Betz Ja Und auf den Boss Go, go, gebt ihm Ich hab Ja Zwei hat er recht Stunt Krass Bei diesen Kümmerlingen Warum wir Die vorherrschende Streitmacht im Kaufbau sehen Komm auf 20 auch raus Spritz Jo, ihr könnts eh rauskommen So In den nächsten Port geht Nightwals Geht vorher in Bär Du fängst an drüben Ja Ja, genau So Bitte nicht, nicht jetzt Genau, direkt rein Ich triggere die drei da Ja Ja Wir haben gerade keine Stacks Slither ist tot Jemand für Slither rein Nein, Neid ist eh Neid ist dran Neid ist dran Wenn Neid raus ist, muss dann jemand anders Du klickst Scalber Ja Nimmst du, nimmst du Ich hab grad keinen CD Ab, 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 ab Die Fledermaus links Fledermaus links Fledermaus links Hab jetzt wieder Revival Ach, die Fledermaus Geht die Fledermäuse Die Fledermaus Wir brauchen Erst Revival Wir haben gerade keine Stacks Ich mach mal die zwei weg Zieh jetzt mal nach vorne Nichts auf die Minen, man Die brauchen wir nicht mehr Genau Komm auf 20 raus, Neid Doch, hier Okay, ich hab zwei Emiter hier noch Stell einfach an Geht raus Mach 1 Sprecher Dann Sprecher rein Sprecher rein Sprecher war auch in den Sprecher davor Okay, noch kannst Jemand weiß Ab, ich Keine Ahnung Mir egal wer Vielleicht gestunt Einfach auf'n Boss durchcasten Um noch so eins und in den Mittag stellen Mach die Fledermäuse Ab, Boss Naja, schreibt ihr mal Revival für ganz schlimm auf Ich nehm das nächste mit dem Ja Läuft Steht euch ein DevCD nach So Bombenboss weg Failer hoch Und das an Elts Ignorieren Bombenboss weg Zieh nochmal Revival hoch Die spawnen nochmal Schon raus Nein Nice Schönen Tag